Mit dem Stage Manager kann man sich mehrere App-Fenster auf dem iPad anzeigen lassen. Ich gebe dazu einen kleinen Überblick. Den Stage Manager gibt es auf neueren iPads in diesem Design, und zwar ab iOS 16.1. Man kann einfach über das Kontrollzentrum öffnen, über diesen Button hier. Und wenn man dann eine App öffnet, zum Beispiel Fotos, dann sieht das so aus. Das Fenster kann man an dieser klein markierten Ecke verändern, im Seitenverhältnis und in der Größe. Und das kann sogar unten über das Dock hinausgehen oder über die Seitenleiste. Wer Dock und Seitenleiste generell nicht sehen möchte, der kann lange auf diesen Button drücken und die Elemente hier einfach abwählen. Dock und Seitenleiste kann man da natürlich immer noch hineinschieben. Interessant wird der Stage Manager vor allem, wenn ich eine zweite App dazufügen möchte. Zum Beispiel die Notiz-App hier aus dem Dock. Und wir sehen schon, die Apps, die rasten immer ein bisschen ein. Also man kann sie nicht ganz frei platzieren, auch in der Größe nicht, sondern die rasten immer an speziellen Stellen ein. Ein weiteres Fenster kann man hinzufügen, auch über die drei Punkte. Dann komme ich erst in den App-Umschalter, kann hier ein Fenster auswählen oder man wischt zum Homescreen und nimmt von hier noch eine App dazu. Aus dem Bildschirm kann ich eine App einfach hinausnehmen, indem ich sie nach unten wegschiebe. Sie fliegt dann da an die Seite. Die Seitenleiste, die zeigt nämlich die zuletzt genutzten Apps an, beziehungsweise App-Gruppen. Also iPadOS merkt sich diese Kombination, wenn ich jetzt hier auf eine andere switche und dann wieder zurück. Es bleibt eben immer bei diesen Zweien in dieser Anordnung. Ähnlich funktioniert es im App-Umschalter. Auch hier habe ich diese Kombination weiterhin. Wenn ich von einer App mehrere Fenster geöffnet habe, zum Beispiel von Safari, kann man einfach auf den Safari-Button drücken und dann sieht man alle Apps auf einmal. Das geht hier im App-Umschalter genauso wie in der Seitenleiste hier, wenn ich hier auf Safari tippe, dass dann die einzelnen Safari-Fenster erscheinen. Also einerseits ist es schön, dass man jetzt bis zu vier Apps öffnen kann und die sich sogar überlappen lassen kann. Andererseits ist es eigentlich schade, dass man da nicht freier ist, wie man eine App positioniert. Also so ganz wie am Mac fühlt es sich nicht an. Zudem ist es mit iPadOS 16.1 auch noch recht buggy. Die bisherigen Multitasking-Möglichkeiten gibt es weiterhin. Wenn ich jetzt einfach den Stage-Manager ausschalte, dann wandelt iPadOS das wieder in die bekannte Split-View-Ansicht um, indem man hier die Fenstergrößen verändern kann. Im App-Umschalter kann man eine App auf eine andere ziehen und hat dann eine neue Kombination. Oder man geht hier auf die drei Punkte und ändert die Ansicht. Also bei Slide-Over hat man eine App auf einer anderen liegen. Wenn ich hier auf den Balken gehe, da sehe ich, welche Slide-Over-Apps alle geöffnet sind. Ich kann aber auch in den App-Umschalter gehen und hier nach rechts scrollen und sehe hier die unterschiedlichen Fenster. Wenn ich das erste Mal eine Slide-Over-App nutze, die Slide-Over-Apps kann man hier einfach rein- und rausnehmen. Dann holt man sich die zum Beispiel aus dem Dock und legt sie nicht wie bei Split-View hier an die Seite, sondern auf die App drauf. Das ist aber alles schon länger von iPadOS bekannt. Mehr zum Thema liefert die MacNi online wie im gedruckten Heft. Das ist aber alles schon länger von mir.